So, wenn ich jetzt das Video nicht mache, dann mache ich es nie. Ich habe hier kurz im Auto spontan meinen Kumpel gefragt, ob er das Handy rausholt, um ein schnelles, aber ganz wichtiges Video mit mir aufzuzeichnen, weil mir ist vor kurzem etwas Unglaubliches gelungen. Und zwar habe ich vor kurzem eine Webseite online gestellt, um genau zu sein, am 18. Dezember. Und ich spreche auf dieser Webseite ganz unkompliziert, ganz einfach, in kurzen Videos und in kurzen Texten darüber, wie ich im Internet Geld verdiene. Also ich behaupte dort nichts Spektakuläres, so über Nacht reich werden oder geheime Methode, Strategie oder sonst was, sondern unkompliziert einfach erkläre ich Leuten, wie sie die allererste Provision oder den ersten Euro im Internet verdienen können. Und hier kommt das außergewöhnlich und das ist auch der Grund, warum wir dieses Video aufgenommen haben. Bereits 32 Tage später, als wir die Webseite online gestellt haben, hatten wir unglaubliche 500.000 Aufrufe auf dieser Webseite. Ganz ehrlich, wir haben uns gedacht, wir sehen nicht richtig. Wir haben schon geahnt, dass Interesse für diese Webseite etwas größer sein könnte, weil wir kostenlos, wirklich kurz und knackig einfach erklären, wie man online Geld findet. Wir hätten niemals damit gerechnet, dass wir in so kurzer Zeit eben vielen hundert Menschen, über 6.000 Menschen damit wirklich zeigen können, wie man Geld im Internet verdient. Und wir hätten niemals damit gerechnet, dass dieses Projekt so viral geht. Weil ich meine, da draußen ist so viel Schrott unterwegs. Es gibt so viele skeptische Leute. Und kein Wunder, dass die Leute skeptisch sind, weil es eben ja auch so viele dubiose Kurse gibt und erst dann Inhalte erklärt werden, wenn man viel Geld ausgibt. Aber davon hatte ich einfach die Schnauze voll. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich stelle selbst so ein Projekt online und stelle selbst so eine Webseite online, welche ich anderen Leuten zur Verfügung stelle. Und ja, mittlerweile konnte ich schon, wie gesagt, ca. 6.000 Leuten helfen, Geld im Internet zu verdienen und die Webseite hat über eine halbe Million Aufrufe. Also ich möchte jetzt gar nicht mehr großartig lang um den heißen Brei reden. Check einfach die Webseite aus. Also du findest hier irgendwo in der Beschreibung, entweder auf Facebook oder auf YouTube, den Link zu www.online-playbook.com. Schau dir dort das kurze Video an. Es ist ein kurzes, knackiges Video. Es dauert nur ein paar Minuten, welches dir alles erklärt, wie ich Geld im Internet verdiene, völlig kostenlos. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du ein paar Minuten Zeit verlierst, aber dann hast du auch wieder neue Erfahrungen gewonnen. Also mein Tipp an dich ist, sei nicht skeptisch, sondern klick jetzt auf den Link. Schau dir ganz kurz an, warum über eine halbe Million Menschen sich bereits schon diese Webseite in dieser extrem kurzen Zeit angeschaut haben. Schau, ob das Ganze was für dich ist. Wenn ja, dann freut es mich extrem. Und wenn nein, dann bedanke ich mich trotzdem für deine Aufmerksamkeit hier in diesem Video und auch, dass du die Webseite dir angeschaut hast. Mach's gut und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dein Eke Junior und Tschüss.